jo Leute und willkommen zurück zu Super Mario 3D All Stars mit Super Mario Galaxy und Mario Pen mal wieder. Ja, nachdem wir beim letzten mal das eine Level so lange gebraucht haben, beziehungsweise den geheimen Stern zu kriegen, was nicht gerade so einfach war, hat mir hier noch was mit dem Eis, was ich nicht verstanden habe, würde ich sagen, gehe ich mal in Kanonflotte Galaxie. Wir können ja das andere später machen. So ist das halt nicht. Deswegen schauen wir uns das Level mal an. Also neue Aufnahme, neues Level. Ja, Strahl, Strahl, Strahl. Was? Okay, warum auch nicht? Also kannst du von alles erledigt werden scheinbar oder teleportiert werden, ich weiß das nicht. Willkommen in der Galaxie. Natürlich, dreh dich einfach. Ich sag's ja. Es war ein Test. War mir aber klein. Wow. Mies. Das war ja mies. Natürlich bist du so ein Scheißteil, ey. Ja klar. Ja, hol dir noch eine Münze und verballer die gleich wieder. Oh Mann. Manchmal bin ich halt echt zu gut. Nicht. Was fällt dir ein? Miuum. Hallo. Ach ja, muss er rausspringen. Stimmt ja. Völlig vergessen. Hallo. Nein. Boah, die sind Gegner. Und wenn ihr wisst, wie ich hier am spielen bin, ne? Junge, Junge. Ist komische Position. Weil du musst halt echt viel zu weit weg sein, um ordentlich was machen zu können. Okay. Wenn wir oben. Wenn auch. Nö, 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 nö. Nein. Ich will nicht zerquetscht werden. Keinen Fall. Auf keinen Fall. Boink. Achso. Du musst so lange laufen, alles klar. Was? Wie soll ich das denn schaffen? Wow. Okay, das war sehr knapp. Genau so wie das. Boink. natürlich das hat weh das hat sehr doll weh nein oh man wir müssen hier hoch ne komm her komm bei fuß ouch ouch na toll mit so jetzt aber hoch da nein ach das fällt auch auseinander natürlich wenn ich auf den sack die druckwelle war ein bisschen zu doll hallo hier bin ich mehr nein direkt da rein was für ein doofes level und du nervt nicht hier bin ich das einfach runter fällt ich glaube es ja nicht ich das sind kaputt wieso das hätte bombe hochbringen müssen wahrscheinlich kann das sein ok wie kommt mir das level gar nicht bekannt vor nein ouch dass er immer so viel rumrennen muss ey das wollte ich ich wollte hier weg bevor das alles um macht natürlich tschüss ok wie komme ich da jetzt hoch ach so ich schaue nicht vom kleinen ding zum kleinen ding ne so komme ich da nicht hoch ok was ist das hier kann auch rausspringen geht das überhaupt ich habe schon mal gesagt dass die nervig ist kriegt das ding denn kaputt hm machen wir das halt so ich vergesse mal dass man sich auch drehen kann was bist du denn was war das denn ich kann zeit da gar nicht darauf rumspringen oder muss ich da jetzt alle besiegen obwohl wir glaube ich ja nicht ich muss da hoch hallo nein nein was macht halt die perspektive dass du so komisch rennst die ganze zeit man sieht man nicht instant die kamera ändert really hier bin ich man ist denn diese kamerwinkel sich nämlich ändert na geht doch aha really wie ist das denn so rauf da hallo nein 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 natürlich hallo really mario hallo weil mir kann auch nicht mal richtig schwimmen hier ok das schaffe ich doch nicht mehr oder das schaffe ich nicht mehr das weiß ich jetzt schon was war das jetzt für ein mist mir geht das ne hör auf natürlich natürlich renne ich in dem moment da rein weißt du so na klar landen wir direkt da drauf wieder wie assi ey naja so wo war das ding naja erstmal mach ich dich platt so hallo okay das haben wir schon mal vor allem dass der scheiß sich auch noch trifft dabei ne wo geht das ding hier drüben eigentlich hin ich will mal kurz gucken ich glaube der braucht noch ein bisschen nein wo geht der hin ach so ach so na toll hat sich eigentlich gar nicht gelohnt irgendwie tschüss wie schnell der einfach wieder zurück ging hopp ah ne ich will mir kein leben aber ich komme da sowieso rein und nein oioioi ich sehe nichts ok jetzt aber ich springe auch noch direkt da rein ne egal diese level zwischendurch junge junge du hast einen sternhalten kanonenflotte galaxie strahl 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 vollen kreativer name des levels du hast eine neue galaxie entdeckt wünsche zusammen das wird eine neue galaxie entdeckt Feuereruptionen. Okay. Neues Level. Mal gucken. Überwinde den Feuerkessel. Wie oft soll ich sterben? Ja. Okay. Überwinde den Feuerkessel. Nice. Das wird ein Spaß. Okay. Der springt da rein. Mal wieder anzugehen. Okay. Kannst du mal die Perspektive ändern, Junge? Dass ich überhaupt was sehen kann? Wo ich lang muss? Nein. Warum treffe ich den denn nicht? Woher ich jetzt nichts mehr habe zum Schießen? Tschüss. Ähm, ja. Wo ich mit dir immer... Ich habe springen gedrückt. Junge. Wenn er nicht springen will, ne? Wie ist das nervig. Nein, 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 nein. Okay. Das ist halt auch echt nicht einfach, ne? Hallo. Willst du mich verarschen, du Scheißding? Geh weg. Hm. Geh weg. Jetzt habe ich dich. Mann. Manchmal ist das schwer, manchmal ist das einfach. Das ist nervig. Hm-hm-hm-hm. Und jetzt, dann geht das runter. Hallo. Hallo. Manchmal will der hier nicht, der Controller. Nein? Na gut, dann halt nicht. Hallo? An manchen Stellen will er halt echt nicht springen. Erstmal hier. Okay. Oben. Nein. Nein. Und jetzt ganz unten. Hör auf. Danke. Wenigstens eine mehr. Nein. Ach, Mario. Nein. Ich wollte gerade da drunter, ne? Und nochmal von vorne. Oh, sowas hasse ich ja. Dass ich den ganzen Scheißweg nochmal laufen lasse. Geh weg. Weißt du was? Tschüss. 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 Eins. Und schon wieder drüben. Düh, 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 düh. Ab. Boink. Hm. Ups. Das war falsch gedrückt. Warum ich auch immer geschüttelt habe eben. Und warum ich hier eigentlich wieder runtergefallen bin, ist auch so eine Frage. Also Münzen. Gut, ich habe gerade voll. Ist also egal. Tschüss. Oi, oi, oi. Natürlich. Hui. Hallo. Lalalala. Wie viel zu haben? 30. Äh. 80. Wieviel habe ich? Ich habe genug. Wui, wui, wui. Okay. Ja. Wir rennen mir lang. Puff. Ein neuer Planet wurde geboren. Was ist da wohl passiert? Ich dachte eben schon, ich war hier runter. Okay. Ich würde sagen, wir machen. Erstmal viel Fraßplanet. Ja, ne? Ja, ne? Den können wir nochmal machen, den Spieler. Oh. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Dü, 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 dü. Woh, lang geht's? Da lang geht's auch nochmal. Hm. Klar. Nein, 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 nein. Ich warte hier kurz, ja? Ich kann auch mit B nochmal loslassen, oder? Oder einfach so runtergehen, okay. Nein. Nein. Vergiss das. Bin ich hier lang? Ja. Nein. Wo muss ich denn lang? Wenn du heute keine Ahnung hast, ne? Hm. Na sicher doch. Oh Gott. Okay, wir sind aber wieder hier, alles klar. Hm, hm, hm. Zum Glück. Ich muss aufpassen. Glück. Okay, drehen konnte ich mich nicht bei den scheiß Dingern. Okay. Nein. Nein. Dü, 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 dü. Okay. Jetzt habe ich links ein paar lieb... Ein paar mehr, lieben. Geh weg. Nein. Tschüss. Ich habe es. Okay, das hatte ich hier schon. Das sind wieder diese scheiß Dinger. Boah. Ui, da, 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 da. Tschüss. Hier kommt man nicht lang, okay. Okay. Ich kann nicht... Ich konnte nicht mehr schießen. Ich habe alles verbaut. Das ist halt so ein bisschen nervig, dass die Perspektive so komisch wird, dass du halt das nicht mehr siehst richtig. Nummer eins. Diese scheiß kleinen Dinger, ne? Nein. Lass mich in Ruhe. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Natürlich. Rinn da doch rein. Ui, du, du. Hm, 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 hm. Danke. Danke. Geh doch. Wo landest du? Okay. Na, geh doch. Boi. Dieses verfluchte Level, ey. Und du hast einen geheimen Stehenhalten, Feuer, Eruption, Lava, Gezweiten. Klar. Ähm, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Aber ich muss ja kurz Fenster zumachen, weil das viel zu salz zieht. Weil das viel zu sehr stürmt hier draußen. Ähm, ja. Ähm, ja. Mach ich nochmal das. Aber ich wollte es auch normal schaffen, ne? Hm, hm. Deswegen, das war nur der Spitze, die wir gekriegt haben. Ja, aber diesmal sollten wir es besser durchkommen. Boah, wir werden es ja kennen, ne? Hm, 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 hm. Und ich verschwinde die diesmal nicht. Gar keine Lust. Hm. 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 Keine Ahnung. Nein, bleib fern. Bleib fern von mir. Komm, Stingel. So, wieder ins den Gase rauskommt. Heisse Gase. Warum ist er nicht abgesprungen? So, jetzt aber. Jetzt aber. Woher? 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 So, das ist alles. lang oder es passiert sowas? Natürlich. Hätte ich mir ja eigentlich denken können, oder? Okay. Hm. Nee, hallo? Hey, wir gehen dazwischen euch da raus, wo ich rein, wo ich rein soll. Also, wo ich weggehen soll. Okay. Yeah. Tschüss. Nein. Voll da reingerannt. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Den habe ich ja gar nicht gesehen eben. Das war knapp. Ey, wo ist denn der letzte? Wo ist denn der letzte? Ach da. Die scheiß Dinger, ey. Ja, klar. Den ganzen Weg da nochmal hin. Hm, 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 hm. Hallo? Tschüss. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Dieses Level, ey. Oh, oh. Das war so klar. Es war klar, dass das da fällt, ey. Äh. Äh. Ach du Scheiße. Scheiße. Hm. Autsch. Das war heiß. Klar. Äh. Natürlich. Oh. Ich hasse solche Level. Hab ich das schon? Na klar. Und nochmal. Und nochmal. Warum trägst du dich denn nicht so, wie du solltest? Es ist manchmal ein bisschen blöd, dass er das nicht macht. Ja, ja. Ist mir hier drin vorbei. Kann ich da hoch, eigentlich? Abkürzung nehmen? Ja, kann ich. Zumindest so halb. Hm. Hm. Oh, Mann. Wir leben unsere Willigkeit gar nicht. Wir sind mir egal. Tschüss. Tschüss. Hallo. Geht doch. Oi, oi, oi. Okay. Wir haben ihn. Ah, was für nackt. Meine Güte, ey. Dü, 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 dü. Wir haben den Stern. Oh. Ja. Du hast einen Stern erhalten. Feuereruption. Überwinne den Feuerkessel. Ja. Gut. Ein Gommiluma ist aufgetaucht. Naja. Aber ich würde sagen, damit würde ich dann erstmal die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder in Super Mario 3D. Äußerst mit Super Mario Galaxy. Und dann gucken wir mal. Ich muss mal gucken, wie viele Sterne uns jetzt noch fehlen. Bis wir das Ende machen können. Na gut. Bis dann. Ciao, ciao.